Ich möchte noch ein bisschen nach Elsassys sprechen. Wenn wir ein bisschen von dir sprechen, und wenn wir von allen Leuten, die schon wie bei uns in Elsassys sprechen, können wir noch sehr viel meinen, dass die allen Winzer, die schon in Exekschöft haben, früher im Mittelalter, nur noch von 30, 40, 50 Jahren, die natürlich alle noch nach Elsassys sprechen. Elsassys ist in Elsassys gerade seit mehr als 2500 Jahren, seit dem 7. oder 8. Jahrhundert, unsere Vorfahren an alle Elsassys gerade. Unsere Raplände, unsere Grande Crue, oder Lüedis sind natürlich alle auf Elsassys. Wenn wir von den Dreifingern reden, oder den Oranen, oder den Sommel. Das ist richtig interessant, es gibt immer einen Teil, von was dort passiert ist, vom Boden, oder vom Klima, ob es kalt, oder an irgendeinem Klima dort ist. Und das ist natürlich alles auf Elsassys, und es gehört dazu. Es ist schade, dass die Jungen bisher weniger als Elsassys kennen. Und wenn ihr Elsassys reden, können wir euch nach Deutsch reden, und Englisch, und es gehört alles dazu. See you.